Setzen wir ein, um zu, ohne zu, ohne, an und zu. Ich brauche diese Bestätigung, um ein Visum zu bekommen. Ich muss die Prüfung bestehen, um an der Uni zugelassen zu werden. Sie verließ ihn, ohne sich um seine Bitten zu kümmern. Er gab auf, ohne an die Zukunft gedacht zu haben. Ich brauche diese Bestätigung, um ein Visum zu bekommen. Ich muss die Prüfung bestehen, um an der Uni zugelassen zu werden. Sie verließ ihn, ohne sich um seine Bitten zu kümmern. Er gab auf, ohne an die Zukunft gedacht zu haben. Er gab auf, ohne an die Zukunft zu kümmern. Er gab auf, ohne an die Zukunft zu kümmern. Vielen Dank.